So, wir warten mal, bis es leer ist. Können wir das Rohr wieder einfahren? Und denke mal, wir machen hier unsere Arbeit weiter. Man kann hier auch den Helfer einschalten, der macht ja praktisch Eiterlehne, aber das ist ja Blödsinn. Ansonsten will man jetzt ja alles selber machen. Also das Bucassi hat die Teilichter gemacht, also besser als zur 13er Version. So, wir gehen mal gut die vorletzte Fahrt mal rein. Hm, da haben wir noch ein Stück vergessen. Nehmen wir natürlich hier gleich mit. Ah, hier bleibt immer ein Stück stehen. Wird ja natürlich nicht sein. Noch ein Stück. Jetzt sind wir hier einfach nochmal rüber. Jetzt sind wir hier einfach nochmal rüber. Oh, da hinten haben wir noch ein Stück stehen gelassen, ne? Dann fahren wir einfach nochmal drauf. So, dann sind wir hier erstmal fertig. Können wir das schon mal entleeren, ne? Können wir das schon mal entleeren, ne? Ja, hier sind wir. Ja, ich gucke jetzt auch. So. So. Dann werden wir hier mal aussteigen. Und das ganze Zeug weg bin. Warte mal, da müssen wir erst an gucken. jetzt haben wir schon da veressen sehr bläschend die Hupe jetzt hat es auf jeden Fall erstmal geklappt mit den Apfeln nicht dass es jetzt wieder beim Hochlein da rumzieht so werden wir mal hier hinfahren und das Zeug hier ja ja im drinnen der Zeug machen wir schon mal ein bisschen Kohle verdient und stellen den Treffer jetzt wieder da ab woher gekommen sind die Fahrzeuge fänden natürlich auch dreckig und ich muss dann später mal sauber machen aber das machen wir alles alles später aber das machen wir alles alles später und dann dann die Fahrzeuge fänden natürlich auch dreckig so ja ich mach ihn mal wenn ja dann haben wir unsere Arbeit erlischt ok haut da rein bis dann das ist jetzt jetzt Bis zum nächsten Mal.